Moin Leute und herzlich willkommen wieder bei Zurück zum Garten. Heute gehen wir in einen Traumgarten in Potsdam und zwar den Gemüse-Dschungel. Hier hinter diesem kleinen Gang verbirgt sich nämlich ein wunderschöner Gemüse-Garten. Aber bevor wir hier mit der Gartentour starten, zeige ich euch natürlich erstmal den Besitzer. Einige von euch kennen ihn vielleicht, für die anderen ist er neu, aber er hat auch einen YouTube-Kanal und stellt sich jetzt mal kurz für euch vor. Hallo, ich bin Gartengemüse-Koch Martin und Dennis zeigt euch heute meinen Garten. Und ich kann euch sagen, hier gibt es einiges zu entdecken, denn 600 Quadratmeter Gemüse-Garten warten auf uns mit Dingen, die die meisten gar nicht erst versuchen anzubauen. Und starten tun wir unsere Tour hier in seinem Gewächshaustunnel. Da gibt es nämlich einiges zu entdecken und ich muss neidisch zugeben, manche Sachen sind deutlich weiter als bei mir. Hier gleich am Anfang haben wir Erdnüsse. Die sind bei mir deutlich kleiner und verkümmerter. Bei ihm sehen sie aber ganz gut aus, aber ich glaube, es liegt daran, Martin hat hier eine Tröpfchenbewässerung und guckt euch mal die Tomaten an. Hier im Eingangsbereich direkt so eine Fülle an Tomaten. Ich weiß nicht, wie euer Jahr aussieht, aber hier sind die Tomaten auf jeden Fall zu Hause. Und ich sehe auch keinerlei Anzeichen von Kraut- und Bräunfäule, was man ja eigentlich überall aktuell sieht. Als nächstes sehen wir hier Paprika. Guckt euch das mal an. Richtig schöne Spitzpaprika. Und auf der anderen Seite die Standard-Block-Paprika. Aber auch die sind bei ihm schon reif und erntebar. Vor allen Dingen diese hier. Und direkt neben den Tomaten hat er Chili stehen. Wie heißen die noch gleich? Joey's Lawn. Joey's Lawn. Ich zeige euch die mal. Hier so lang gekräuselte, ungefähr 20 bis 25 Zentimeter lang, hängen die hier zu Massen an diesen Strauch. Und hier auf der linken Seite haben wir Gigantomo. Das ist die Tomate, die ich auch ausgesät habe. Bei mir allerdings nichts geworden ist. Ein Kilo schwere Früchte können da drankommen. Und wenn ihr mal den Brocken euch hier anseht, Martin hat gute Chancen. Und hier haben wir ein Elefantenohr bzw. Taro. Kennt der eine oder andere von euch vielleicht als Zimmerpflanze. Aber Martin hat mir gerade gesagt, das Geheimnis ist hier unter der Erde. Denn hier sitzen große Knollen, die man wie Kartoffeln sozusagen ernten kann. Und das ist ein Grundnahrungsmittel im asiatischen Raum. Und gegenüber haben wir direkt den nächsten Brecher und zwar die Auvergine. Und zwar die Sorte Eisberg und natürlich auch die normalen. Die muss ich euch zeigen, wie groß die beiden schon sind. Einmal hier die komplett weiße Sorte. Hier macht Eggplant, wie sie im Englischen heißen, auch wirklich Sinn. Und dann kamen wir hier natürlich noch die bekannte Sorte mit ihrem klassischen Lila. Und weiter hinten auf der linken hat er hier noch Melonenpflanzen. Aber ich zeige euch draußen gleich mal welche. Da hat er gelbe Wassermelonen. Die sind schon richtig groß. Die hier sind noch ein bisschen kleiner. Manche noch so. Mal gucken, ob die dieses Jahr noch was werden. Aber ich habe weiter hinten noch größere gefunden. Und auf der anderen Seite hat er natürlich noch die Süßkartoffeln drin. Die hat er draußen aber auch überall. Da sagt er mir, hat er auch jedes Jahr eine super Ernte von. Ist eine Kultur, die ich selber noch nie ausprobiert habe. Und bevor ich euch hier hinten die Melone zeige, hat sich hier, sagt er, wild ausgesät. Einen Knollensellerie. Aber der hat schon eine richtig gute Knolle dran. Und jetzt schaut mal hier. Zack. Sieht die nicht fantastisch aus? Also wenn einer weiß, wie man Melonen anbaut, dann ist das Martin. Aber ist klar, dass das hier gut wächst. Denn hier sind gefühlte 50 Grad drin. Und hier so eine leckere Tomate. Die muss ich mir dann doch mal gönnen. Und nebenher, aus einer Paprika, bin ich ja schon sehr neidisch. Aber das ist noch lange nicht alles. Also dranbleiben. Wir gehen jetzt mal in den Außenbereich. Ich versuche euch mal hier so ein paar Eindrücke zu zeigen. Indem ich hier nacheinander die ganzen Blumen, die er hier hat, einblende. Also Dahlien gibt es hier auf jeden Fall wie Sand am Meer. Denn Blumen, wie ihr wisst, helfen den Insekten. Und die Insekten helfen unserem Gemüse. Schaut euch mal hier diese schön dunkelrote Form an. Richtig toll. Oder auch hier so eine mehrfarbige, schöne Lilane. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Also wenn die Vögel hier im Winter nichts zu fressen haben, dann weiß ich auch nicht. Jetzt aber genug von den Blumen. Wir sind ja wegen dem Gemüse hier. Und weiter geht es jetzt hier mit den Melonen. Hier zum Beispiel die Sorte Charleston Grey. Kann bis zu 10 Kilo schwer werden. Also ein richtiger Brummer. Hier haben wir den Klassiker. Braucht noch ein bisschen. Und guck mal, Martin tut auch was für die Umwelt. Die Kleinen opfert er den Schnecken. Jetzt gehen wir hier in den nächsten Bereich. Da ist so ein bisschen Mischkultur. Und natürlich auch schon die Herbstkultur. Denn wir haben ja schon die zweite Jahreshälfte. Aber ich zeige euch mal, was Martin da alles anbaut. Jedes seiner Beete wird ca. zwei bis dreimal im Jahr bestellt. Hier haben wir schon die ersten Porreypflanzen wieder. Dann haben wir hier noch ein Knollensellerie. Dahinter ein beneidenswerter Rotkohl. Also meiner bildet meistens nicht so schöne Köpfe aus. Gut, im Außenbereich klappt der immer ein bisschen weg. Aber hier drin sitzt wirklich ein richtig schöner, runder Kopf. Dann natürlich der Dauerbrenner Mangold in den verschiedensten Formen. Hier haben wir den roten. Den baue ich auch immer ganz gerne an. Einfach, weil er schön aussieht und wie Spinat immer super erntebar ist. Und hier haben wir dann noch so eine Mischform mit gestreiften Blättern. Also von daher, für das Auge ist überall was dabei. Und jetzt machen wir noch ein kleines Ratespiel, was am Ende dieses Videos aufgedeckt wird. Wer erkennt diese Kultur? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Na, wer weiß, was das hier ist. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Kleiner Tipp, ist auf jeden Fall eine Herbstkultur, die auch jetzt noch ausgesät werden kann. Nur bei Martin sieht sie natürlich schon wieder richtig gut aus. Und hier haben wir noch mehr Fläche. Da hat er ganz frisch Rhabarber gesetzt, sehe ich. Die sind noch ein bisschen klein, da kann ich sagen, meine sind zehnmal so groß. Aber auch die werden kommen und es sind über fünf Stück. Also von daher, wenn das richtig losliegt, dann gibt es auch hier eine Rhabarberschwemme. Und hier haben wir Kartoffeln, die erst im Juli gesetzt wurden. Und die werden im Oktober geerntet. Also für die Leute, die nur einmal Kartoffeln im Jahr anbauen, das geht auch mehrmals. Denn meistens sind ja im Mai, Juni die ersten schon fertig. Und dann kann man wie hier nochmal nachsetzen. Und natürlich wird wie in einem effektiven Selbstversorgergarten wirklich jede Ecke genutzt. Das heißt, überall wo Platz ist, sitzt noch irgendwie ein Kürbis oder irgendeine andere Pflanze, die sich da einfach ausbreitet. Und dazu kommen wir auch gleich noch. Die Zucchini hier gigantisch. Hier zum Beispiel der Klassiker Hokkaido, auch schon wieder erntebereit. Oder hier Spaghetti-Kürbis. Also überall, wo man hier hintritt, liegt irgendwo ein Kürbis. Als nächstes haben wir hier ein ganzes Feld Blumenkohl. Da sind also auch einige Köpfe drauf. Die sind allerdings ein bisschen zerfressen. Aber das ist dieses Jahr, glaube ich, bei so gut wie jedem von euch, oder? Und hier klassisch Kohlweißlingfraß. Man sieht es dann meistens auch hier drin. Ich zoome mal rein. Da sind so diese Codhäufchen dann. Und eine Sache, wo Martin ziemlich stolz drauf ist. Stimmt's Martin? Sonnenblumen. Guckt euch das mal an. Welche Höhe hat die was Schätze? Also 3,80 oder so. 3,80, 4 Meter. Also auf jeden Fall richtige Klopper. Weißt die Sorte zufällig? Das ist außer Vogelfutter-Mischung. Außer Vogelfutter-Mischung. Also nicht mal irgendwas speziell gekauftes, sondern einfach das Winterfutter ausgesät. Da sind solche Klopper drin. Hier haben wir eine kleine Kräuterecke. Salbei, soweit das Auge reicht. Denn Martin ist ja auch nebenher Koch. Dementsprechend hat er natürlich auch viel Bedarf an Kräutern. Hier haben wir jetzt Süßkartoffeln. Martin, was hast du hier? Verschiedene Sorten? Hier haben wir die Süßkartoffeln mit weißem Fleisch, aber violetter Schale. Und hier haben wir die klassische Orangen. Man sieht auch das Blatt. Der Wuchs ist ein bisschen anders. Man kann übrigens von Süßkartoffeln auch die Blätter essen. Die kann man wie Spinat essen. Die Süßkartoffeln sind übrigens immer aus eigener Vermehrung. Ich lasse immer eine Knolle übrig. Die wird bis im Februar überwintert. Und dann wird sie zum Austreiben gebracht. Man kann das natürlich auch mit handelsüblichen Süßkartoffeln machen. Aber ich habe immer meine eigenen. Eine muss immer übrig bleiben. Hier habe ich auch noch einen Exot gesehen. Martin, erklär doch mal kurz, was hast du hier? Ein Exot ist nicht wirklich, es ist ein Meerrettich. Also als Staude, der wächst jedes Jahr hier eigentlich eher wild. Aber Meerrettich kultivieren ist nicht so einfach. Man muss diese einzelnen Triebe eigentlich rausnehmen und dann umpflanzen. Diese einzelne Wurzel, die man mal hat, die wird ja dann später zum Pfahlwurzel. Man muss hier immer zum Winter hin ausgraben und umpflanzen. Hat jemand von euch schon mal Meerrettich probiert? Also ich persönlich nicht. Für mich ist hier manche Sache, obwohl ich schon lange dabei bin, auch Neuland. Und gerade deswegen finde ich es hochinteressant. Und jetzt geht es hier durch das Sonnenblumentor. Und was hast du hier? Erklär doch mal, was haben wir hier rechts? Hier haben wir eine Trockenbohne. Boronota Rossua heißt sie, glaube ich. Und daneben ein paar Blumen. Ganz hinten noch ein paar Kratztis sind für die Schmetterlinge. Und jetzt geht es hier ein endlos langes Beet entlang. Und ihr seht es vielleicht schon anhand der großen Blattformen. Wer braucht so viel Zucchini? Martin, wer ist das alles? Aber nichtsdestotrotz natürlich verschiedene Sorten, verschiedene Sachen hier. Zucchini ist fast ein Grundnahrungsmittel über den Sommer. Die liefern ja so viel Ertrag. Und mein Tipp, eine ganze vier- bis sechsköpfige Familie kommt locker mit zwei Pflanzen aus. Also ein bisschen sparsamer als der Martin damit sein. Ich habe letztens ein Video gemacht zum Gurken einlegen, also Einlegungurken. Man kann aber durchaus die Zucchini auch wie Essig oder wie saure Gurken einlegen. Probiert es wirklich mal aus. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Und ich habe gerade auch noch gesehen, er hat auch den Patisson, also sprich den Zucchini-Kürbis. Er erntet mal eben einen für uns. Hier haben wir die Patisson-Kürbis. Der wird sehr schnell sehr groß wie eine Zucchini. Aber wenn man den essen will, dann ist er in der Größe am besten, weil er hat ja noch richtig schön zartes Fruchtfleisch. Und hier bildet sich schon langsam die Schale aus, also die etwas fester ist. Die habe ich die letzten Jahre auch immer mal angebaut. Dieses Jahr habe ich sie nicht. Aber dieser Ufo-Kürbis, wie er auch heißt, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch natürlich unten drunter. Genauso auch wie von Martin das Video dazu, wie man Zucchini einlegt. Aber die kann man auch super füllen. Einfach hier oben den Deckel abmachen, dann mit gehacktes oder anderem Gemüse füllen im Backofen rein. Und das ist ein super Mittagessen. Hier dieses ganze Feld sind Kartoffeln. Martin sagt, Bamberger Hörnchen, mittelfrühe Sorte. Wir gucken mal gerade, ob was zu holen ist. Die Spannung steigt. Zwei Kilo. Zwei Kilo pro Pflanze, wenn nicht fünf. Na, hier ist schon mal eine. Hier haben wir schon die erste. Bamberger Hörnchen haben ja immer so eine lustige Knubbelform. Und Martin hat nicht zu viel versprochen. Guckt euch das mal an, wie voll das Ganze hängt. Schütteln hier mal ab. Da. Alles voll. Also Bamberger Hörnchen auf jeden Fall. Sehr ertragreiche Sorte. Hier. Das haben wir jetzt aus einem Pflänzchen rausgeholt. Also von daher würde ich sagen, ganz gute Ernte. Martin, was holst du hier jetzt raus? Ja, das ist jetzt auch eine Frühkartoffel. Glaube ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, welche Sorte es ist, aber die haben auch einen guten Ertrag. Und auch hier wieder richtig gut was dabei. Die sind deutlich größer. Auch gesund. Ja, die sehen echt gut aus. Guckt euch das mal an. Hier. Hier ist alles voll mit Kartoffeln. Also für Martin ist hier Kartoffeljahr. Guckt euch das mal an. Und jetzt. Schau Martin. Die kannst du nach Hause nehmen. Und Martin hat hier seine Wasserversorgung sozusagen. Drei Regentonnen voll. Inklusive aber auch noch einem Wasserschlauch. Das heißt, er hat hier das Glück, dass er nicht nur von sozusagen oben abhängig ist. Ja, das Gartenwasser und der Anschluss ist von drüben, vom Haus unter der Straße durch. Aber wir haben hier trotzdem einen geringen Wasserdruck. Also das ist alles, was hier durch rauskommt. 10 Liter, 14 Liter pro Minute. Mehr ist es nicht. Und jetzt erwartet uns noch Mais, Brokkoli, Bohnen, Feigen, Pfirsich. Also alles mögliche im nächsten Bereich. Und hier sind wir jetzt mittendrin statt nur dabei in dem Kübisfeld. Hier sind Hokkaidos und noch verschiedene andere Sorten. Wir gucken mal, was da vorne so liegt. Und Martin macht uns mal hier einen gelben Zentner ab. Einen roten Zentner. Einen roten Zentner. Guckt euch mal den Klopper an. Der sieht doch richtig gut aus. Martin, was ist denn so ein Zeichen dafür, dass so ein Kübis fertig ist? Ja, der Kübis wächst nur bis zu einer bestimmten Größe. Irgendwann wird der Stiel dann gelb und stirbt dann fast ab. Also dann kann man den Kübis auch eigentlich ernten. Wenn der Kübis hier, der Kübis Stiel gelb wird, dann kann man das Meisten zeichnen, dass er dann erntefähig ist. Und natürlich ist es bei Kübissen auch manchmal so, irgendwann sieht man auch, die werden einfach nicht mehr größer, sondern nur noch außen härter. Und spätestens dann ist Erntezeit. Und je nachdem, wie man sie essen will, ob sie dann weicher oder fester sein sollte, muss man halt früher oder später ernten. Und hier zwischen den Kübissen hat er überall Mais stehen. Einmal hier vorne die kleinbleibende Sorte Tatonka. Die kann man super auch zwischen Kübis pflanzen, weil sie nicht sehr hoch wird und trotzdem ertragreich ist. Und das hintere, das etwas größere, kann man hier vielleicht schlecht sehen, aber die sind locker einen Meter höher. Das ist Popcorn-Mais. Und hier mitten aus dem Dschungel haben wir Stangenbohnen. Und was für welche, die zeige ich euch jetzt mal. Hier die super Ertragssorte Neckargold. Die habe ich auch schon ein paar Mal angebaut und kann ich einfach nur empfehlen, denn die hängen immer randvoll. Und neben hier einer roten bzw. orangenen Sonnenblume haben wir hier noch einen alten Pfirsichbaum, der da oben leider abgebrochen ist. Aber schaut euch mal an, wie voll der hängt. Ich denke, man kann es gut sehen, oder? Das sind locker 50 Stück auf nur einem Ast und der hat locker 6, 7 davon. Ja, hier haben wir die Sorte Premium Crop, das ist ein Brokkoli. Die ersten großen Köppler haben wir natürlich schon geerntet. Jetzt sind bloß noch die kleine, die zweite Ernte hier. Und ich lasse ihn trotzdem stehen, weil er, wie gesagt, immer wieder neue Sprossen bildet. Wie gesagt, Premium Crop ist die Sorte und ist eine tolle Sorte, die baue ich jedes Jahr. So, und jetzt kommen wir in die Freilandtomaten, denn auch die gibt es hier zu Genüge. Ich drehe mich mal um, damit ihr das mal seht. Neben wieder so einem Brecher von Sonnenblume im Eingangsbereich hat er hier eine Überdachung. Ganz simpel gemacht. Dachlatten oben, bisschen Folie drüber und that's it. Seiten sind natürlich offen. Aber jetzt schauen wir mal, was da hängt. Hier haben wir auf ungefähr 18 Quadratmeter über 40 Pflanzen mit den verschiedensten Sorten. Hier wieder eine richtig schöne, große Fleischtomate. Und auch klassische Sorten, wie hier zum Beispiel Harzfeuer. Die sind aber noch nicht ganz reif. Aber auf der anderen Seite eine Ochsenherz, die können wir schon ernten. Hier zum Beispiel einen schönen Vertreter für Ochsenherz, auch ganz typisch. Hier oben diese Einschnitte. Und dann machen wir sie mal ab. Hier unten hat sie noch eine zweite Bildung. Aber insgesamt sieht die richtig gut aus. Guckt euch mal diese schönen Tomate an. Aber neben den größeren Sorten gibt es hier natürlich auch die klassischen kleinen Cherrytomaten. Und die hängen ja bekanntlich immer richtig voll. Guckt euch das mal an, wie voll dieser kleine Ausläufe hier alleine hängt. Oder auch hier, guckt euch das mal an. Und von da oben komplett runter Tomaten. Und hier bei Martin wird wirklich jeder Quadratmeter genutzt. Hier haben wir zum Beispiel Prunkboden dran an einem alten Bettgerüst. Also von daher, guckt euch das mal an hier. Richtig schöne Ernten an einem Bettgerüst. Also Upcycling plus. Und natürlich gibt es hier auch den einen oder anderen Vogel. Und dementsprechend hat er hier eine selbstgebaute Vogelscheuche drinstehen. Wie er selber sagt, mit mäßigem Erfolg. Und hier haben wir wieder ein Mischkulturbeispiel. Hier haben wir wieder eine riesige Sonnenblume. Und das ist die Stütze für hier kleine Minitomaten. Und hier unten haben wir auch ein bisschen Mehltau-Probleme. Aber die neuen Blätter sehen schon wieder ganz gut aus. Was hast du da gemacht? Ja, gerade bei falschem Mehltau, hier die Pilzkrankheit heißt falscher Mehltau. Dazu habe ich auch letztens ein Video gemacht. Ich habe diese Pflanzen mit Schachtelhalben, Jauche behandelt. Und somit können die neuen Blätter gesund weiter wachsen. Also sozusagen mit natürlichem Fungizid gearbeitet. Mit Schachtelhalben, der hier sogar wächst. Habe ich vorhin gesehen, zeige ich euch nochmal. Hier hat Martin gerade mal noch eine Ladung rausgeholt. So sieht er aus. Im Prinzip Unkraut, das fast überall wächst. Und hier direkt vorm Gewächshaus, wo wir gerade schon drin waren und Tomaten und Co. wachsen, haben wir auch noch Maulbeeren. Und zwar ganz schön viele, insgesamt drei Stück. Sowie natürlich auch einen großen Kirschbaum. Also auch Obst gibt es hier. Eine Birne habe ich vorhin auch schon gesehen. In dem Garten ist wirklich alles. Und er hat eine Sache, die ich auch habe. Passt mal auf. Hier haben wir Kanna. Die habe ich ja auch. Bei mir kultiviere ich die im Topf. Bei ihm stehen sie hier im Garten. Und die bilden ja richtig schöne große Blüten aus. Eine der letzten Blüher hier im Garten. Und hier unterm Kirschbaum ist auch sozusagen die Chill-Area hier mit einer Hängematte. Und natürlich gibt es auch hier den Erntetisch. Während der kurzen Zeit, wo ich hier war, einfach mal das alles geerntet. Zieht euch das mal rein. Kürbisse, Zucchini, Möhren, Tomaten. Hier gibt es bei Martin wirklich alles möglich. So Leute, das war es also bei Martin im Garten. Wenn ihr Bock auf mehr solche Gartenrundgänge bei anderen Leuten habt, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Martin, verabschiede dich nochmal bei meinen Zuschauern. Wir sehen uns natürlich im nächsten Vlog. Denn ich habe noch ein paar Besucher auf der Liste. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Sonderserie gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, zurück zum Garten. Ciao, ciao. Ha, und fast hätten wir es vergessen. In der Mitte des Videos haben wir ja eine Frage gestellt. Und zwar, ob ihr wisst, was das hier ist. Ich habe nämlich doch einen. Und die Auflösung ist Chinakohl. Chinakohl kann man jetzt super aussehen und pflanzen. Ist nämlich eher ein Herbstgemüse. Der mag den krassen Sommer nicht so. Aber wächst so dann vor sich hin. Und ist auf jeden Fall noch im Herbst schön erntebar.